Weiße Weihnachten ist wieder ein Traum geblieben und bei dem Wetter wünschen wir Ihnen jetzt halt kuschelige Weihnachten. Draußen ist es echt ungemütlich und das liegt an der Serie von Tiefs, die immer wieder über uns hinwegzieht. Das geht schon am Morgen los mit den nächsten Regenfällen, also teils nass. Im Westen ist es etwas trockener, aber sonst regnet es ein bisschen vor sich hin. Die Temperaturen liegen so bei 7 bis 2 Grad. Das ist natürlich für Schnee viel zu mild. Und dann gucken wir auf den Tag und da sehen wir zunächst mal viel Wind, der dann vor allem über Mittag und am Nachmittag reinkommt. Es betrifft vor allem die Südhälfte. Die Böen werden immer stärker, erst im Westen. Und dann zieht dieses Windfeld im Laufe des Nachmittags quer über Deutschland hinweg, vor allem eben über den Süden. Und auch einige Wolken sind da dabei und die haben natürlich auch Regen mit drin. Hier sehen wir, wie das Regengebiet über Deutschland hinwegzieht. Jetzt schauen wir den Vormittag an. Da ist es schon teilweise nass nach Osten zu, ist es aber schon mal ein bisschen trockener. Da kommt auch mal die Sonne raus. Von Westen her ziehen dann eben diese Regenfälle rein. Und die ziehen dann im Laufe des Tages quer über Deutschland hinweg. Dann regnet es vor allem am Nachmittag im Osten in Bayern. Und im Westen bilden sich Schauer. Da kann vielleicht sogar mal ein kleines Gewitter dabei sein. Also ziemlich wechselhaft, ziemlich launisch das Wetter. Die Temperaturen erreichen am Oberrhein sogar bis zu 12 Grad. Ansonsten sind es 6 bis 10 Grad. Also viel zu mild für Schnee. Da müssen wir in den meisten Fällen dann eben doch leider mit grünen Weihnachten rechnen. Der Abend, der Heiligabend ist dann vor allem nach Norden zu und im Osten nass. Es ist ein bisschen trockener, wird es nach Westen hin. Und dann schauen wir auf die Abendtemperaturen. So 7 bis 1 Grad. Ein bisschen erfrischend, aber nicht wirklich kalt. Und auf die Feiertage geguckt. Es bleibt erstmal wechselhaft. Vor allem am ersten Feiertag. Am zweiten dann noch im Osten. Da wird es im Westen trockener und die Temperaturen gehen zurück.